Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, allgemeine Pflege, Platten und Äußeres des Disc Jockeys. Man soll die Platte nicht so angreifen, sondern man muss sie in den Finger nehmen, man muss, man muss, man muss, man muss sie in den Finger nehmen, dass die Fläche nicht berührt wird. Wir nehmen also die Platte so in die Hand und nicht so. Hier kommt Staub drauf, hier kommt Schweiß dazu. Hier kommt Staub drauf, hier kommt Schweiß. Hier kommt Staub drauf, hier kommt Schweiß dazu und es wird hier die ganze Platte verschmutzt, das wollen wir verhindern, wir wollen die Platte so in die Hand nehmen. Hier kommt Schweiß. Vielen Dank.